Neu eingetroffene Leben steht hinter mir, ein Neuzugang, es ist ein BMW X3 M Competition, das aktuellste Modell mit 510 PS, es ist der 3 Liter, das Fahrzeug hat eine hervorragende Ausstattung, 22 Erstzulassung, erst 12.000 gelaufen, deutsche Erstauslieferung, unfallfrei und hat noch eine BMW Premium Selection Garantie bis 6,27, eine wunderschöne Farbe, kommt, guckt das Fahrzeug einmal im Detail an, im vorderen Bereich haben wir die schwarzen Doppelniere in schwarz, hochglanz gehalten, LED Scheinwerfer, 21 Zoll Leichmetallfelgen, die Außenfarbe heißt Marina Bay Blue Metallic, wir haben Hamann Cardone Sound System, Panorama Glasdach, M Sportsitze, die aerodynamisch sind und die leuchten natürlich, wir haben Sitzheizung, Sitzbelüftung, Head-Up Display, Sitzheizung im Frontbereich, 3 Zonen Klimaautomatik, mich würde eure Meinung interessieren, wie findet ihr das Jubiläum Emblem, 50 Jahre Jubiläum, ich fand es ja erstens immer sehr schäbig, aber hier sieht das wirklich echt schön aus, Rückfahrkamera, Frontkamera ist vorhanden, ein kleines Detail, auch hier, die Gurte sind auch in den M Farben bestickt, sieht schön aus, wir können den Wagen auch kurz einmal starten, ich hoffe ihr hört den Sound auch gleich, letztens haben wir ja ein Vor-Festive Modell gehabt, den haben wir verkauft, auf jeden Fall hat er einen knackigen Sound, hat zwar einen OPF, aber trotzdem hört er sich echt nice an, ein kompaktes SUV mit 510 PS, der ist wirklich hervorragend ausgestattet, das Denkrad, ja, da kann BMW noch was lernen, ich hätte es besser gefunden, wenn der hier unten abgeflacht wäre, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Schalthebel ist sehr gut designed, auch mit den blauen roten Nähten und gucken wir uns einmal das Herzstück von den Fahrzeugen an und der Preis ist auch unschlagbar. So sieht der Wagen einmal vom Motorraum her aus, was soll er kosten? Unter 70.000 Euro für 69.950 Euro, kannst du den gerne bei uns kaufen, selbstverständlich bieten wir noch die 0% Finanzierung über die Santander an, ruft uns an, wir erklären euch, wie es funktioniert, eventuell hast du noch ein älteres Fahrzeug, den du gerne als Inzahlungnahme abgeben möchtest und den würden wir zum Bestpreis aufkaufen, also dieses Jahr einer der ersten und schönsten SUVs, den ich hier hatte, ist der X3M Competition mit 510 PS, die Gelegenheit müsst ihr auf jeden Fall nutzen, wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder du kommst am besten direkt schon morgen vorbei. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao!